Joshua Mashiach, Halleluja! Ich danke dir, Herr, für deine Liebe und für diesen Moment, Herr. Danke, dass du uns also führst, danke für dein Wort und ich bete, Joshua Mashiach, dass du uns heute noch durch dein Wort befreit, befreit von allen bösen Mächten, allen Sünden, Herr. Hilf uns, auf deinem Weg zu bleiben. Im Namen der Joshua Mashiach. Amen. Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Also heute ist es schon so speziell und es wird also ziemlich hart sein. Also für die Leute, die sehr empfindlich sind, also ich bereite schon, ich rate euch schon so irgendwie, also diese Videos nicht anzuschauen, für die Leute, die vor allem also die Wahrheit nicht ertragen. Weil heute, heutzutage gibt es, treffen wir, es gibt also sogenannte Christen und das passt überhaupt nicht mit, was die Bibel sagt. Halleluja! Das Thema heute, weiß ich nicht genau, wie ich das also nennen werde, aber wir sehen also, wie der Herr uns also heute führen will. Aber eins müssen wir alle wissen, es gibt falsche Christen, falsche Christen heutzutage. Und es hat immer gegeben, die Bibel sagt in 1. Johannes, es sagt ganz klar, es sind schon Antichristen. Antichristen sind also die Leute, die gegen Christus sind, also Antichristen sind und der Antichrist ist da, sein Geist ist da und es gibt schon viele Antichristen, die da sind. Und deswegen also sagte ich am Anfang, also diese Sendung, es wird, es wird so richtig knallhart, weil, was der Herr so auf mein Herz legt, es ist, mir fehlen also die Wörter, Aber das Wort, aber der Herr gibt uns sein Wort. Es gibt viele falsche Christen, weil die Definition also von Christen ist also so falsch verstanden. Falsch verstanden, warum? Weil es auch falsch weitergegeben wurde, obwohl Christen also mit Joshua, Jesus Christus zu tun haben. Es hat also mit Christus zu tun. Aber was sieht man also heute? Falsche Lehre, falsche Propheten, genau was der Herr schon prophezeit hatte. Wir hatten letztes Mal also von der Verführung gesprochen. Wir sind in einer Zeit von großen Verführungen. Die Leute werden verführt. Viel. Wir sehen also, wie die Welt heutzutage ist. Covid-19, also diese Pandemie und jetzt gerade mit dem Thema Rassismus. Es ist schön, dass mal das Thema so hoch gepoppt wurde. Aber man sieht, die ganze Welt, es gibt so eine Erschütterung. Die ganze Welt wird gerade erschüttert. Und wo sind die wahren Christen? Das ist der Punkt. Letztes Mal hatten wir also von Vorländung des Zeitalters gesprochen. Und wir haben gesagt, wir haben in der Bibel gesehen, dass viele Leute verführt werden. Es hat Joshua Mashiach gesagt, also in Matthäus 25, 24 gesagt, es werden falsche Propheten kommen. Falsche Propheten, warum? Falsche Propheten, damit die Leute, also die wahre Christen also nicht mehr erkennen. Die, die sich sogar als Christen bezeichnen, sind nicht wahre Christen. Es ist so schwer heutzutage, also einen echten Christ zu sehen. Also, was ist das? Also Christen bedeutet, Christ sind Leute, die Joshua, Jesus Christus folgen. Nicht die eine Konfektion oder ein ganzes System, also eine bestimmte Kirche oder sowas folgen. Nein, und die Ekklesia, was wir also heute als die Gemeinde bezeichnen, die Ekklesia, die Ekklesia ist voll mit Leuten, die an Joshua, Jesus Christus glauben, an sein Wort festhalten. Aber, was macht also der Verführer heute? Er bringt also eine falsche Lehre. Falsche Christen. Es gibt so viele falsche Christen heutzutage. Und die Leute werden also richtig verführt. Ich bin in den letzten Zeiten ein bisschen, ich habe mich also mehr mit dem Internet, Facebook und Instagram, also solche Sachen ein bisschen beschäftigt. Und ich war so schockiert. Ich bin so schockiert. Ich stelle fest, dass viele Christen, sogenannte Christen, eingeschlafen sind. Ein Christ, ein Christ steht für das Wort Joshua, Maschia. Ein Christ, der kann doch nicht sagen, okay, weil der da so ein bisschen gut über die Christen gesprochen hat, dann bin ich also mit ihm falsch. Nicht, weil jemand so eine Bibel in der Hand trägt und zeigt, ich bin ein Christ, dass es also ein Christ ist. Die falschen Propheten, die wir also in Afrika, in Südamerika, in Amerika, in überall sehen, die tragen also die Bibel. Die nehmen die Bibel. Ist doch so passiert. Also wenn ich zum Beispiel diese große Lüge, diese riesige Sekte, die ich als die katholische Kirche bezeichne, welches Evangelium haben sie in Afrika gebracht? Die sind dort mit der Bibel gekommen, die sind nach Afrika gegangen und dann haben sie sich also als Christen gezeigt. Aber eine falsche Lehre, falsches Evangelium haben sie dort da so gebracht. In Amerika und viel überall auf dieser Welt haben sie so ein falsches Christentum gezeigt. Und heute, die Leute, die sich also in dieser Sekte befinden, ja, bezeichnen sie so als Christen. Ein Christ Volk, Jesus Christus, Yeshua Maschia. Die haben so viele Lehre gebracht, so viele Sachen. Und heute gibt es sogar viele Afrikaner, also die Afrikaner, die Schwarzen, sagen, nee, das ist also das Christentum, gehört also die Weißen und, 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 und. Wer sagt euch überhaupt, also dass die katholische Kirche überhaupt das Evangelium in Afrika gebracht hat? Nein, falsch. Das stimmt nicht. Lies das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Und dann sieht man also in dem Wort Gottes das Wort, bevor diese falsche Lehre, diese Sekte schon in Afrika gekommen sind, also zu dem schwarzen Kontinent kamen, dass das Wort Gottes war schon dort. Guck mal, die Frau von Mose. Die Frau von Mose, die war Äthiopien, die war schwarz. Sie war schwarz. Und wie war ihr Vater? Salomon und, und, und. Und, und die, die, diese Äthiopien da, auf dem Weg, also der, der das Wort, der Isaiah gelesen hatte, der getaft wurde und dann ging er so zurück nach Äthiopien. Mein dir, die Mose. Können Sie mal, wenn Sie die Geschichte gucken, wer hat euch überhaupt gesagt, dass diese falschen Leute da, diese Pfarrer, Priester, komische Leute, die so eine falsche Lehre in, 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 diese ganze Welt verbreitet haben, Christen sind ein Christvolk Joshua Maschia, ein Christvolk Jesus Christus, allein, nicht Maria, nicht die Heilige, nicht bla 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 bla. Ich bin müde von dieser ganzen Sache, Wahnsinn. Es, es, es macht mich also richtig wütend, wenn ich versuche, also das letzte Mal, also der Herr wollte, dass ich mit einem, also meinen Nachbarn über Joshua rede, äh, bespreche. Und dann trifft man nur Verletzten, die Leute, die verletzt wurden von diesem, von diesem komischen System, von, 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 von dieser Kirche, von Babylon, die Kirche des Teufels. Die Leute sind verletzt worden. Und was sehen wir also heute? Kinderschänder. Und alle diese Leute, die nennen sich also Christen, ne? Also, äh, 25. Dezember, keine Ahnung, 24. Gehen sie in die Kirche, sind sie so fromm, und Sonntag, sind sie so, nehmen ihre Kommunion, und blablabla bla bla bla, falsch, oh, Dinge, die Joshua Maschia nicht mal gesagt hatte. Und was sieht man? Die große Verführung. Viele Leute werden verführt, 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 oh, einfach weil ein falsches Christus gezeigt wurde. Nehmen wir unsere Bibel in Matthäus, Kapitel 25, Ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Brautigern entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug, denn die Törischen nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Halleluja. Also, zehn Jungfrauen, fünf klug, fünf törisch oder dumm. Die Lampen, die Lampen, die Lampen hatten Öl da drin. Und ich möchte etwas hier zeigen, liebe Geschwister. Diese Lampen, also die Klugen hatten Öl genommen, die anderen nicht, kein Öl. Das ist schon der Unterschied. Jungfrau, Jungfrauen, ja, gleich. Aber beide, beide hatten Lampen. Und eine Gruppe hatte Lampen mit Öl. Das soll uns etwas sagen. Dieser Unterschied, also, dass eine Gruppe so Öl hatte, ist so entscheidend. Und die Lampen, was bedeutet überhaupt die Lampen? Oh, Halleluja. Oh, Joshua, Maschia. Die Lampe ist also das Wort Gottes. Lampe soll also die Leute leuchten. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass beide Lampen hatten. Und die Lampen sollen leuchten. Die Bibel sagt also, dass wir, Joshua sagte, dass wir das Licht der Welt sind. Aber es gibt also Lampen, richtige Lampe und falsche Lampe. Die Lampe des Herrn hat also das Öl. Und die Lampe des Teufels hat also kein Öl. Und diese Lampe bedeutet auch das Wort. Es soll die Leute erleuchten. Es soll die Leute also die Augen aufmachen. Aber die Erleuchtung, nicht vergessen, es gibt also eine falsche Erleuchtung. Erleuchtung, richtige Erleuchtung also von dem Herrn. Falsche Erleuchtung. Oh, kennt ihr also, es gibt diese, auch Französisch nennt man das Sekte Lumière. Es gab also eine Zeit, wo die Leute so eine Erleuchtung hatten. Also diese wissenschaftlichen Sachen und, 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 und. Das ist die Erleuchtung. Die Erleuchtung dieser Welt. So falsche Dinge zu erkennen. Die Lüge dieser Welt. Aber die Erleuchtung des Herrn ist was anderes. Die Erleuchtung, wenn der Herr uns also erleuchtet, dann gehen wir auf seinen Weg. Laufen wir also mit ihm. Laufen wir, machen wir also sein Wort. Alleluja. Oh, ach, 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 ich bin, ich lasse mich also leiten. Der Herr ist so wunderbar. Die Lampen sind die Menschen. Die Lampen sind die Menschen, die leuchten müssen. Aber es gibt da so falsche Lehre. Die Leute denken, glauben, dass sie gerade erleuchtet sind. Guck mal das Beispiel, also in, ja, die Präsidenten, die geben an, also Christen zu sein. Weil eine, eine zum Beispiel, also Jerusalem, also die, oh, Joshua, Maschia. Eine, hat also eine Prophezei, also eine Prophezeiung erfüllt. Es wurde erfüllt. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Christ ist. Ja, okay, ähm, Jerusalem wurde als, 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 als Hauptstadt, also erkannt. Okay, gewisse Sachen, aber, sagt, ist er ein Christ? Im Internet, meine Güte, so viele Leute unterstützen, also ein Mann, ein Mensch. Die Bibel sagt also, leg nicht, also vertraue nicht, also auf Menschen. Vertraue auf den Herrn. Ich bin, es, es macht mich, also, ich bin, oh, das ist der Wahnsinn. Die Verführung, die Verführung, dass sogar Christen unterstützen das Falsche. Ja, das Falsche, sogar wenn es Flecken, schlechte Sachen da drin, nein, zumindest ist ein, da ist etwas Gutes. Dann unterstütze ich, nein, wir müssen Joshua, Maschia vertrauen. Ob das also ein Obama oder Trump oder keine Ahnung, irgendwelche, alle sind überhaupt nicht so, die sind nicht von dem Herrn. In der Bibel hatte Jesus, hatte der Herr Cyrus genommen, also Cyrus genommen. Oder Nebuchadnezzar. War Nebuchadnezzar unbedingt, also in dieser Zeit, also als, äh, 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 also jemand, der dem Herrn gefolgt hatte, aber er hatte einem anderen Gott gedient, aber der Herr hatte, der Herr hatte ihm trotzdem benutzt. Das heißt nicht unbedingt, dass wir seinem Weg also folgen müssen. Liebe Geschwister, öffnet die Augen. Die ganze Welt wird gerade erschüttert. Es gibt also eine falsche Lampe. Falsche Erleuchtungen. Leute, die gehen ins Internet und so und geben irgendwelche falsche Prophezien. Falsche Lehre. Die geben sich ja so als Christ. Hier sieht man, haben sie Öl? Haben sie das Öl? Wissen Sie, was das Öl bedeutet? Oh, Halleluja, Halleluja. Nehmen wir mal in 2. Mose. Also die Bibel sagt, in der Offenbarung. Danke, Herr. Offenbarung Kapitel 1. Halleluja. Offenbarung Kapitel 1. Ab Vers, ich lese mal aus Abvers, Abvers 1, äh 9. Ich, Johannes, eure Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Aussagen in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort Gottes und das Zeugnis Jesus willen. Ich war an dem Herrentag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie eine Posaune. Die Sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es in den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Tiazira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Vers 12, liebe Geschwister. Und ich warnte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchte, also sieben goldene Lampen. Halleluja. Halleluja. Sieben goldene Leuchte. Und die Bibel sagt uns also am Ende dieser Kapitel, am Ende von Kapitel 1, was genau diese sieben Leuchte waren. Ab Vers 20, also in Vers 20. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meine Rechten gesehen hast und die sieben goldene Leuchte betrifft? Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchte sind die sieben Gemeinden. Halleluja. Halleluja. Also, und wenn ich zurückgehe, also in Vers 13, da steht, und inmitten der Leuchte einen Gleichen, einem Menschensohn bekleidet mit einem bis zu den Füßen rechten Gewand und der Brust umgekürtet mit einem goldenen Gürtel. Er war in der Mitte dieser Gemeinde. Liebe, liebe Geschwister, hier steht also, dass diese sieben Lampen, diese sieben Leuchten, die Gemeinde, die Ekklesia, Joshua, Maschia waren. Halleluja. Sieben Gemeinden in verschiedenen Städten. Und diese sieben Gemeinden in der Mitte von diesen Gemeinden war der Herr Joshua, Maschia. Er war da. Und, und es steht ganz klar, dass diese Leuchter, diese Leuchter, so die Gemeinde, Joshua, Maschia waren. Es gibt die Leuchter, die Lampen für Joshua und die Lampen für den Teufel. Die Lampen, die für den Teufel gehören, sind Lampen, die kein Öl haben. Kein Öl haben. Ja, warum Öl? Weil früher, damals, also in 2. Mose, lesen wir mal in 2. Mose. Ah, Joshua, Maschia, Joshua, Maschia. 2. Mose, die Bibel sagt also, dass die Lampen, die Lampen wurden also mit, mit Öl, mit Öl hatten sie also funktioniert. Also, in 2. Mose, Kapitel 35, Kapitel 35, nehmen wir Vers 14. Also das ist also am Anfang Heiligtum, freiwillige Gaben. Also das, die Leute hatten Sachen gesammelt. Mose hatte gesagt, also sammeln die Sachen, die wir für die Heiligtum also brauchen. Zum Beispiel, goldene Ketten, Sachen und, 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 und. Und da war also Öl für die Leuchter. Da steht im Vers 14, ferne den Leuchter, Leuchter zu Beleuchtung mit seinen Geräten und Lampen. Dazu das Öl für die Beleuchtung. Halleluja. Die müssen also das Öl für die Beleuchtung nehmen. Diese Lampen müssten mit Öl funktionieren. Lieber Geschwister. Und da gibt es also 5, die keine, die eine Lampe haben, aber kein Öl. 5, die Öl hatten. Halleluja. Und wir lesen weiter. Also, die Bibel sagt auch in 3. Mose. Och, Halleluja. 3. Mose, 3. Mose. Ich war gerade also in 2. Mose. Dann gehe ich also in 3. Mose, Kapitel, Kapitel, Kapitel 8. Da sieht man genau, wofür das Öl war. Wofür das Öl war. Halleluja. In Vers 12 steht, und er gosst von dem Salmöl auf den Kopf Ahorn und salbete ihn, um ihn zu heiligen. Oh, Raba, Bersaka. Halleluja. Halleluja. Das Öl war da, damit... Ahorn war der Hohepriester. Er hatte das Öl bekommen, um ihn zu heiligen. Beiseite zu leben. Damit... Er sollte nicht wie die anderen leben. Er sollte nicht nur für den Herrn, nur für Joshua, nur für Yahweh sein. In Dienen. Deswegen hat er also das Öl. Deswegen kam das Öl also auf seinen Kopf. Damit er nur für ihn lebt. Liebe Geschwister, es gibt Lampen. Es gibt Leuchte hier, die kein Öl haben. Das Öl hier ist also ein Bild von dem Heiligen Geist. Halleluja an alle. Alle, die ihm angenommen haben. Alle, die ihm an ihn glauben, hat er die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Um ein Kind Gottes zu werden, muss man das Öl haben. Ein Heiliger Geist. Halleluja. Vom Oben geboren sein. Halleluja. Nikodemus wollte wissen, wie geht das überhaupt? Wie kann ich wieder in mein Mutterleib, also von meiner Mutter gehen und wieder geboren werden? Nein. Er sagte, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was von oben, vom Geist geboren ist. Hey, Halleluja. Das sind die Kinder Gottes. Das sind die Leute, die Joshua bekommen haben. Nicht die. Eine Gruppe. Wie sagt man das? Ein Verein. Die sind in einem Verein beigetreten. Und wollen sich also als Christen bezeichnen. Die zahlen ihre Steuern. Die sind so froh da drin. Jeden Sonntag. Gehen sie also immer schick gekleidet. Sind da drin. Essen ihre Kommunion. Und nehmen sie dieses Stück Brot und dann denken sie, danach werden sie ja so richtig heilig. Nee. Nicht die Kommunion. Oder trinken also ein bisschen Wein oder Traubensaft. Genau. Traubensaft. Die beten alle zusammen. Trinken Traubensaft. Das geht rein. Oh, das Traubensaft, das will ich also reinigen. Und dann laufen sie ganz normal. Aber sobald sie diese Gebäude verlassen, sind sie genauso gleich. Diese Lampen. Diese Lampen. Die leuchten nicht. Die leuchten also für den Teufel. Die leuchten für diese Welt. Aber wir. Kinder Gottes. Die das Öl haben. Den heiligen Geist haben. Die leuchten für Joshua, Maschia. Halleluja. Die wurden geheiligt. Geheiligt für ihn. Für Yahweh. Nicht für diese Welt. Nicht die Leute, die irgendwelche Präsidenten verfolgen, weil er etwas Gutes getan hat. Aber was ist mit den ganzen bösen Sachen, die er getan hat? Ein Fuß also in der Gemeinde und ein anderer Fuß also draußen. Die Bibel sagt, der Herr sagt also, wenn du nicht mit mir bist, dann bist du gegen. Du kannst doch nicht also einen Fuß da drin und dann einen Fuß draußen haben. Das ist nicht normal. Wo sind die Früchte, der heilige Geist? Wo sind diese Früchte? Wo sind diese Früchte? Die Leute werden also heute so richtig verführt. Richtig verführt. Ja, Christentum ist die Religion der Weißen. Ein Schwarzer. Warum soll er so überhaupt ein Christ sein? Wer hat euch überhaupt gesagt, dass die Weißen das Christentum in Afrika gebracht haben? Zu den Schwarzen gebracht haben? Joshua, Maschia, er selber zeigt sich also die Menschen. Ihr liest also die Geschichte, irgendwelche Geschichtebücher. Pfarrer sind also in Afrika oder sowas gegangen und dann denkt ihr, dass sie das Evangelium gebracht haben. Das war nicht das Evangelium. Die haben die katholische Kirche gebracht. Das Katholischismus, dieses System haben sie gebracht. Ja, Krankenhaus gebaut. Ja, Schulen gebaut. Aber die haben niemanden Kinder Gottes gemacht. Niemand. Ein Christ ist jemand, der sein Herz Joshua, Maschia gibt. Er bekommt dieses Öl. Halleluja. Oh, Rababasaka. Halleluja. Und glaubt ihr, was man da sieht? Diese Leute, die tragen da so ein Kreuz. So ein Kreuz. Also Hüte und so ein Hut, so komisch gekleidet. Und denkt ihr, dass es Christ ist? Christ ist? Das ist kein Christ. Die haben sogar einen Papst. Vers 5. Vers 5. Als aber der Brautigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle, die 10, sogar die 10, die Töre, die Dummen und die Klügen, alle sind angeschlafen. Das ist die Verführung, liebe Geschwister. Die Verführung, die heute läuft. Die Verführung. Der Herr lässt mich also verstehen, was wir gerade sehen. Oh, die ganze Welt wird erschüttert. Einige Länder wollen nicht mehr so mit WHO zu tun haben, mit UNO zu tun haben. Es ist einfach damit am Ende, danach, wenn sie uns was Neues zeigen, etwas Neues, eine neue Weltordnung, damit alle zufrieden werden. Und die spielen. Diese sogenannten Präsidenten, die spielen alle. Das ist Politik. Wieso glaubt ihr an die Politik? Politik. Du siehst da mit jemandem, wir sind Gegner von dem Fernseher, aber da hinten, sind sie Freunde? Sind da so laute Freimauer oder sowas und komische Luminati, ich weiß es nicht, also welchen Namen? Und glauben Sie, dass diese Leute also Christen sind? Ein Christ steht für Joshua Maschia in allen seinen Werken, nicht nur ein Teil. Ich mache nur das, damit sie zufrieden sind, aber da mache ich also, was ich will. Das ist kein Christ. Ein Christ steht für Joshua Maschia von Anfang bis Ende. Und man sieht die Früchte. Die Früchte sind nicht nur irgendwelche Taten, die Früchte sind man auch in seinem Verhalten. Wie er die Sachen tut. Halleluja. Also nochmal Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, also das heißt er zögerte, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die sind alle eingeschlafen, das ist wegen der Verführungen. Alle, sogar die, die das Öl hatten, sind eingeschlafen. Wir müssen aufpassen, liebe Geschwister, aufpassen. Die Verführung kann auch die richtigen Kinder Gottes auch wegziehen, entziehen, alle schläfrig machen. Steht auf, lass dich nicht also verführen. Die Liebe für die Wahrheit also geht weg. Die Liebe fürs Gebet ist nicht mehr da. Man wird also erschweren und man spürt das. Das ist die Verführung, die gerade kommt. Aufstehen. Aufstehen. Also in Römer, in Römer Kapitel 8. Halleluja. In Römer Kapitel 8, glaubst du schon? Oder nee, Kapitel 13. Römer Kapitel 13 steht also ab Vers 11. Und dies tut also, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Halleluja. Wir Kinder Gottes, wir müssen diese Zeit erkennen. Wenn die Erschütterungen kommen, überall, wir sehen also, wie das gerade in der Welt ist. Wir Kinder Gottes sollen erkennen, dass das ist die Zeit. Die Zeichen, wie wir in unserer letzten Predigt gehört hatten, die Vollendung des Zeitalters. Alle Zeichen sind da. Wir dürfen nicht einschlafen. Es ist die Zeit aufzustehen. Da steht, dass wir die Zeit erkennen, dass ihr aus dem Schlaf aufwachen. Denn es ist, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Halleluja. Hey. Liebe Geschwister, aufstehen. Lasst euch nicht, also verführen. Schaut nicht auf die Menschen. Die Menschen, die einen guten Tat machen und der Rest ist also schlecht. Schaut nicht drauf. Und dann sagen sie, ja, wir sind nicht perfekt. Joshua, Maschia ist perfekt. Wir sollen Joshua, Maschia folgen. Nicht die Menschen. Die Menschen können uns also immer verführen, in die Ehre bringen. Oh, ich verstehe das einfach nicht. Warum Christen? Sogenannte Christen. Wir müssen auch wahren, liebe Geschwister. Und weiter. Um Mitten hat aber entstanden ein Geschrei. Halleluja. Ein Geschrei. Die fünf Klügen sind angeschlafen. Alle zehn sind angeschlafen. Aber dann kam ein Geschrei und sagte, aufwarten. Siehe, der Brotigam. Er ist da. Der Brotigam kommt. Aufstehen. Geht hinaus ihm entgegen. Steh auf. Steh auf. Im Gebet. Steh auf. Wacht auf. Wir müssen alle aufwachen. Weil die Zeit ist da. Wir müssen diese Zeit erkennen, liebe Geschwister. Oh, Halleluja. Halleluja. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Halleluja. Alle zehn sind aufgestanden. Haben angefangen, also ihre Lampen zu schmücken. Wir stehen auf, damit wir unsere Lampen. Diese Lampen sind auch unser Leben. Diese Lampen sind auch unsere Beziehung mit dem Herrn. Wir müssen also schmücken. Wir müssen also vorbereiten. Genauso wie Esther in der Bibel. Die Bibel sagt also, dass Esther, die hatten, sie hat also zwölf Monate sich vorzubereiten, um den König zu treffen. Und diese zwölf Monate, es gab also sechs Monate lang, wo sie nur mit Öl. Oh, Halleluja. Oh, Roka, Baba, Saka. Halleluja. Sie müssten sich also schmücken, sich schön machen. Wie die Gemeinde Joshua Maschia haben wir gesehen. Diese Leuchte sind die Gemeinden. Wir müssen uns also vorbereiten, schmücken, schön machen. Das heißt, die Sünde weg. Das heißt, die Lüge von unserem Leben wegtun. Nur auf Joshua Maschia gucken. Schauen und folgen. Halleluja. Oh, Roka, Baba, Saka. Hey, Herr, Herr. Ja, Herr, Herr, ich weiß nicht mehr. Gottes Gegenwart ist so, ist da und ich bin so erfüllt. Halleluja, Halleluja. Und Mitternacht, und Mitternacht, das ist, Mitternacht ist das Zeichen, also wo die Sünde am meisten, wo die Dunkelheit da so herrscht. Halleluja. Die Zeichen sind da, lieber Geschwister, da. Die Zeichen sind da. Wir müssen aufwachen. Aufstehen. Halleluja. Und da steht also im Vers 8. Die Störrichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erleuchten. Das heißt, die Lampen hatten ein gewisses Licht. Die haben was, wenn die Bibel sagt, dass ihre Lampen erleuchten. Nochmal, nicht erleuchten, sondern ihre Lampen erlöschen. Das Licht war da und dann sind die Lampen einfach erlöscht worden. Nicht mehr, die können nicht mehr beleuchten. Wir müssen aufpassen, die, die kein Öl haben, können auch eine gewisse Lampen, ein gewisses Licht zeugen. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Teufel kommt auch als Engel des Lichtes. Das heißt, er hat diese Fähigkeit, eine gewisse Licht zu strahlen. Und das ist also, was wir heute sehen. Die Leute gehen also in Theologie, die studieren Theologie, kommen also daraus mit einer gewissen Licht. Die sind also erleuchtet. Aber erleuchtet von was? Nicht dem Wort Gottes, nicht was der Herr will, nicht dem Wille des Herrn, aber erleuchten von der Philosophie. Philosophie, die Bibel sagt ganz klar, wir dürfen nicht also die Philosophie dieser Welt also folgen. Halleluja. Aber das Wort Gottes müssen wir folgen. Was ist das? Was ist diese Leute? Die gehen also da drin, die kommen also als Pastoren und die lehren die Lüge dieser Welt. Dieses Licht, das Licht, also zeigt nicht mal den Weg des Herrn. Dieses Licht erlöscht sich also irgendwann mal. Halleluja. Oh, Rubabasakar, Halleluja. Denn unsere Lampen erlöchten, die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreicht, Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Oh, wow, 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 wow. Wie oft haben wir die Leute gesagt, der Herr will eine persönliche Beziehung haben. Glaubst du, weil du hast eine gewisse Gemeinde oder du bist also Teil von einem Verein oder sowas, glaubst du, dass du gerettet bist? Die Rettung kommt allein von Joshua Mashiach. Er will eine persönliche Beziehung. Du musst selbst gehen. Kein Pastor wird das also für dich tun. Kein Pfarrer wird das für dich tun. Keine Konfektion wird das für dich tun. Keine christliche Gemeinde oder keine Hand, keine Religion wird das für dich tun. Du sollst allein zum Herrn gehen und sagen, Herr, vergib mir für meine Sünde. Ich will, dass du in mein Herz kommst. Und dann will ich also mit dir gehen bis in die Ewigkeit. Das für dich selbst. Dieses Öl kostet nicht. Die Bibel sagt sogar, komm und kauf ohne Geld. Aber diese Pastoren, diese Pfarrer oder Priester, die wir heute sehen, ja, gib Dezente. Wenn du das gibst, dann wirst du das also kriegen. Gib das, gib das. Gib, 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 gib. Gib, Geld. Mit Geld? Glaubst du, weil du so viele Kinder geholfen hast? Glaubst du, weil du Häuser gebaut hast, also für arme Leute? Aber solange dein Leben nicht Joshua-Maschia gehört, bist du verloren. Geh selbst. Geh allein. Sprich mit ihm. Halleluja. Oh, die Zeit vergeht. Halleluja. Ich möchte gerne also dieses Thema, also einen zweiten Teil machen. Liebe Geschwister, so hier steht, Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Es war zu spät. Mein Bruder, meine Schwester, du hörst gerade das Wort Gottes. Wenn du weißt, dass du dieses Öl nicht hast oder dass du dieses Öl verloren hast, geh zum Herrn. Geh zu Joshua-Maschia. Allein und für dich selbst. Schau nicht nach links oder nach rechts. Nur auf Joshua-Maschia. Er will uns alle retten. Er will dich retten, er will mich retten. Es geht um diese persönliche Beziehung mit dem Herrn Joshua-Maschia. Oh, Halleluja. Später aber, Vers 11, kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Der Herr sagt ihr, ich kenne euch nicht. Nicht. Die dachten, dass der Herr sie gekannt hatte. Aber die hatten kein Öl. Das Öl ist diese Verbindung mit dem Herrn, dem Heiligen Geist. Wer Joshua annimmt, dann wieder so ein Kind Gottes. Aber viele haben bestimmte Systemen angenommen. Die haben bestimmte Konfessionen angenommen. Die sind also in Vereine beigetreten. Die haben Menschen gefolgt. Die haben Organisationen gefolgt. Aber die hatten keine Verbindung mit Joshua, Mashiach. Der Herr will die Menschen retten. Er will dein Herz, er will reingehen. Oh, Herr, Halleluja. In Lukas 12, Vers, also ich glaube, ich ende da, Lukas 12, Vers 35 oder was ich mehr. Warte mal, ich muss das suchen. Lukas 12, Vers 35. Ich ende, ich werde also hier enden. Und wenn der Herr es will, vielleicht werden wir also ein zweites Teil haben. Oh, Halleluja. Hier steht das so in Lukas 12, Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennen sein. Und ihr seid menschengleich, die, also hier, die Bibel sagt, dass unsere Lampen müssen immer brennen. Also wir müssen immer das Öl haben. Aber was kann uns von dem, was nimmt das Öl weg? Das ist die Sünde. Falsche Lehre. Auf dem falschen Weg gehen. Aber wenn man Buße tut, man erkennt also seine Sünde. Dreht sich und kommt zurück. Es gibt falsche Christen, liebe Geschwister. Falsche Christen. In einer Gemeinde, wo der Heilige Geist überhaupt nicht mehr wird. Die sind da drin, jahrelang. Voll mit Dämonen. Die Dämonen werden nicht mal ausgetreten. Gar nicht. Keine Macht gegen die, das Bose hat. Gar nicht. Wenn man also von Dämonen spricht, dann haben sie schon Angst. Aber im Namen Joshua Maschia haben wir die Macht bekommen, die Dämonen auszutreiben. Halleluja. Man sieht also in dieser Gemeinde, schau mal, wie die Jungs und Frauen gekleidet sind. Meine Güte, wo ist das Öl? Wo ist das Öl, der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist heilig. Und da, wo er heilig ist, dann bringt er die Heiligung. Wir haben gesehen, dass der hohe Priester, also Ahon, hatte das Öl auf seinen Kopf gekommen, damit er sich heiligen kann. Dieses Öl verlieren viele Leute heute. Das Öl haben sie nicht mehr. Die sind in der Gemeinde, klutschen zusammen. Guck mal, also die Jungen heute. Guck mal, die Jungen. Die haben Freundinnen. Küssen sich also nach Gebetstreffen. Küssen sich also und, 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 und. Leben in Unzucht. Die Jungs tragen also Hose da unten, man sieht also ihre Popo also hinten. Was soll denn das? Mädels sind also sexy. Sexy in der Gemeinde. Sexy. Bosen draußen, komplett draußen. Und sogar die, die Freunde, die, Ah, Sexy, Halleluja. Falsche Christen. Wenn sie das Öl hätten, dann hätten sie wirklich erkannt, dass da was stimmt nicht. Da stimmt was nicht. Geh und holt das Öl. Diese Zeit. Viele verlieren das Öl. Der Heilige Geist hat viele Gemeinden verlassen. Viele. Und es ist traurig, dass die Leute sich also als Christ bekennen. Und der Heilige Geist ist nicht mal da. Die haben gelernt, wie Christen zu wandern. Wie Christen zu reden. Aber das Öl haben sie nicht. Die haben sogar gelernt, wie Christen zu beten. Aber das Öl ist nicht da. Die können also mimiken, laufen, sich sogar kleiden. Aber das Öl ist nicht da. Wenn man also ihre Kinder oder ihre Familien, geht man nach Hause, fragt mal also die Familienmitglieder. Ist der da ein Christ? Schwer. Wer ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der Joshua-Mashiach folgt. Er hat das Öl. Er hat das Öl. Ich wollte da mit diesem Vers enden, aber der Geist Gottes fühlt mich also woanders. Ich habe nur an den Vers gerade gedacht. Halleluja. Lass mich das also suchen. Das ist in nicht in Hohelied. Warte mal. Ich glaube in Klagelied. Lieder. Genau. in Ezekiel Kapitel 9. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten, also Vers 4, der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Der Herr hat da sein Zeichen auf diese Leute gesetzt, auf ihre Stirn. Liebe Geschwister, wir erleben gerade so eine harte Zeit. Erschütterung überall. Die Zeichen sind da. Der Herr kommt und holt seine Gemeinde, aber er holt nur die Leute, die das Zeichen haben auf ihrem Stirn. die Leute, die zu ihm gehören. Und die Bibel sagt also ganz klar hier, dass diese Leute, dieses Zeichen ist das Zeichen des Herrn, des Öl, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, also wir den Unterschied machen. Der Herr allein weiß, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Im Namen Joshua Maschia segne ich euch und danke für diese Zeit. Und ich bete, dass wir uns alle ändern und dass wir uns alle vorbereiten. Im Namen Joshua Maschia. Amen. . Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020